Hallo meine Freunde, hier ist euer Phil am Start unterwegs. Wie ihr seht, war ich Joggen. Ich starte wieder mit meinem Training. Ich geniesse es, ich übertreibe es nicht. Ich fange ganz langsam an, ganz langsam. Ich habe keine Kondition mehr, nichts, alles ist weg. Nach eineinhalb Jahren Stress und scheiss Job gewechselt. Alles, habe ich jetzt wieder ein bisschen Energie für das, psychisch meine ich. Ich merke, ich komme wieder, ich will wieder, freue mich wieder Rennen zu gehen. Ich freue mich über die Aussicht, die es hier gibt. Ich freue mich über den Tag. Und ja, über das Abenteuer laufen, wieder zu Beginn. Ihr seht, speckig, zu viel Übergewicht, aber das nehmen wir jetzt auch Schritt für Schritt wieder in Angriff. Ich werde auch wieder wandern gehen, werde mich da wieder reinhängen. Ich freue mich auch auf die Wandersaison dieses Jahr mehr als, das habe ich ruhig. Ja, das wollte ich heute nur so sagen. Ich komme mit auf mein Abenteuer, wieder auf die Topform zu kommen, dass ich so einen Jungfahrmarathon machen kann. Und hoffe, dass ich das auch wieder reiche. Wie ihr aus meinen früheren Videos kennt, habe ich für eine gute Kondition gehabt. Jetzt muss ich von null anfangen, wirklich von null. Aber da lasse ich mich nicht mehr aufhalten. Und ich werde mehr auf mich schauen, mehr bei mir sein, weniger bei anderen, was andere wollen und was ich will. Was ich kann und nicht überlegen, was andere können oder wollen von mir. Das ist auch meine Botschaft an euch. Denkt an euch. Wir sehen uns auf der Laufstrecke wieder jede Woche, auch im Laufvideo von mir.